Am Dienstag, den 19. Juli, durfte die Hansestadt Wismar die Scott Venture am Nachmittag im Hafen begrüßen. Der Stückgutfrachter fährt unter der Flagge des Vereinigten Königreichs. Er ist 90 Meter lang und misst eine Breite von 14 Metern. Das Schiff erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 13,5 Knoten bei voller Fahrt. Die Scott Venture ist 20 Jahre alt und hat seinen Heimathafen in Inverness, einer Stadt an der Nordostküste Schottlands.